Hey Leute, ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich wünsche euch schon mal ein Hammer-Wochenende. Wie wir wissen, geht's da ganz, ganz vielen Leuten in Deutschland gerade gar nicht gut wegen den Überschwemmungen. Die verlieren ihr Haus, die verlieren ihre geliebten Leute, sterben daran. Und ich hoffe wirklich, dass ich mich nicht falsch ausdrücke. Aber mir persönlich zerbricht es voll das Herz und ich denke an euch, ich bete für euch. Und ich will unbedingt was in die Story posten, aber hab jetzt auch echt ein bisschen gebraucht, weil ich natürlich nichts Falsches posten will und hab mich auch echt erkundigt, weil ich natürlich auch, hey, unsere Reichweite dafür nutzen will und euch ermutigen will, auch was zu spenden. Ich hab jetzt hier einen Link und ich hoffe, ich kann euch ermutigen. Und wenn irgendjemand das Gefühl hat, hey Lena, ich hab aber nicht das Geld, irgendwas zu spenden. Das klingt so kitschig, aber jeder Cent oder jeder Euro kann helfen. Und es wär so toll, wenn wir einfach zusammenhalten und den Menschen, die gerade unsere Hilfe brauchen, einfach helfen. Und vielleicht hilft unsere Reichweite und ich kann dir jemand ermutigen. Wie gesagt, lasst uns gemeinsam den Leuten helfen. Und gerade wenn du vielleicht dein Haus verloren hast oder auch schon jemanden anderen verloren hast, dann auf jeden Fall mein Beileid. Und falls wir noch irgendwie helfen können, schreibt uns total gerne eine Mail oder über Instagram Direct Message. Ich versuche das auf jeden Fall zu lesen. Und Lisa und ich sind total aufhörig und wollen alles dafür tun, um irgendwie helfen zu können. Genau, ganz, ganz liebe Grüße aus dem Schwarmländle. Und selbst wenn du da lebst und nicht so betroffen bist und die Möglichkeit hast, da Menschen zu helfen, hey, ich will dich auch nochmal ermutigen, das zu tun. Ich sehe so viele TikToks und so viele Videos auf Instagram. Natürlich ist es gut für uns zu sehen, was da so passiert. Aber ich denke, das wäre so viel krasser und die Leute würden es viel mehr schätzen, anstatt es zu filmen, dass man da mithilft. Natürlich weiß ich die Situation nicht und ich weiß natürlich, dass es total schwierig ist. Aber ich dachte, ich spreche das auch nochmal an und ermutige Leute an, anstatt vielleicht das Handy zu packen, da anders anzupacken und Leuten da aus der Patsche zu helfen. Aber wie gesagt, es bin auch nur ich, wo das sagt. Ich dachte, ich spreche das mal an. Aber nicht falsch verstehen, es ist weder ein Angriff noch ein Vorwurf. Es ist nur eine Meinung von mir.